So, weiter geht die Fahrt. Ja, der Geist ist krank, wird es erst im zweiten Gang. Ja, natürlich, der erste ist halt ein bisschen unbequem, ja, deswegen ist er unbequem. So, wir fahren jetzt in die Wälder, aber jetzt gleich wird es dunkel, das Ding hat kein Licht, das hat gar nichts, das hat einen Sportauspuff, deswegen fahre ich auch damit, das gehört ja eigentlich dem, der gerade auf dem Moped sitzt, Frederic, und ja, ich fahre da jetzt halt mit, weil ich der Einzige bin, der jetzt die Eier hatte, damit zu fahren durch die Stadt. Und, ich muss gucken, dass hier die Räder nicht durchdrehen, die hat so eine Power, Digga, das, Junge, die springt mir vorne weg, das ist so geil, das ist krank, das Teil, Junge, alter. Hat der aufgesetzt? Geisteskrank, Junge. Junge, man verschaltet es hier aber auch wie blöd, Junge. Jetzt bin ich im vierten, jetzt im zweiten, Junge. 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Junge, das waren locker 100, Digga! Hä? Digga, die geht so ab, Junge! Das ist geisteskrank, das Teil! Okay, da habe ich aber einfach gar keine Chance, jetzt sind wir schon bei 70, ne, da kann man nicht mithalten, jetzt gleich 85 und bremsen, ey, 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 gleich in Seewelle, willst du mal hier mitfahren? Hast du einen Ständer? Hast du einen Ständer? Da musst du deinen hinstellen. Ja, also wie gesagt, nicht durch Wasser. Oha, die Tachonare geht aber auch gut. Boah, die ist so leise, Alter. Ist irgendwie geil, aber irgendwie auch nicht. Oho, Auto. Ja, es ist genau das gleiche Feeling wie bei der Jetforce. Ja, das ist so einfach, das ist bequem hier drauf, Alter. Und die ist richtig schwer. Die Aerox. Oha, wir wissen, was die Topspeed schafft. Ja, du willst doch wieder Richtung Geld an, oder? Was? Du willst doch wieder Richtung Geld an, oder? Die können wir noch fahren. Nein, mein Licht geht, aber irgendwie ist schwach. Ja, egal, Hauptsache du hast es nicht an. Ich habe mich mit der auch noch nie gemauert, nur mit der Jetforce. Weil ich einen Schneider in meinem Helm hatte. Was hattest du im Helm? Diese Schneider. Diese Spinnen mit Fliegen. Mit so einem Stachel. Ich hatte letztens in allen Augen was drinne, Digga. Ich bin blind gefahren. Der Auge, guck mal, sein linkes Auge an. Der hat bis jetzt noch... Rechts. Von mir aus links. Ja, aber ich hatte das in beiden Augen, Digga. Ja komm, Jungs, das fahren. Ja, gleich ist dunkel. Das fahren an mich im Geld an. So, jetzt geht es wieder weiter nach Geldern. Die hauvor. Die hauvor. Vader.